Ich habe gerade mit Michael Keiner gesprochen und er beschwert sich, dass du schon wieder mit ihm am Tisch bist. Geht es dir mit ihm ähnlich? Nein, ich kann nicht klagen eigentlich. Im Moment liege ich vorne, glaube ich, was unseren kleinen Wettstreit angeht, aber dafür liegt er im Cash Game vorne. Wie geht es denn bisher im Turnier? Ich habe dreimal die erste gehabt bisher. Und einmal habe ich mit den Assen meinen halben Steck verloren. Ich floppe das Ass und der andere kauft sich Runaround an seinen Baucho Straße. Und ist halt der Meinung, dass er bis Ende rauszahlen muss. Ist ein Rumäner am Tisch bei mir, also rumänischer Straßenbauer sage ich dazu nur. Gut, können wir später weiter. Danke.